hallo servus moin moin mein name ist dennis und ja ich würde euch gerne mal sagen was ihr in zukunft so auf dem channel abonniert also es wird nicht nur getanzt werden es werden zu weiteren tanzvideos kommen wie gehabt immer nur von mir alleine vielleicht auch mal mit einer freundin oder mit anderen kollegen oder was weiß ich aber es wird nicht nur dabei bleiben ich habe mir noch zwei zusätzliche dinge überlegt einerseits dass ich vorhabe um gewisse themen raus zu suchen darum meinen selbst abzugeben und ihr sagt einfach mal was ihr von dem thema haltet wie ihr die sache sieht weil es wird sich über größere themen handeln und wir definitiv einige zeit in anspruch nehmen das ist nicht so das wird also in so richtung diskussionsrunde gehen warum ich mach so was einfach gern ich reg mich gern auf und dass sowas eigentlich optimal für ich reg mich über politik auch über wirtschaft und über ganz alltägliche themen eigentlich ich bin jemand wenn ich mich nicht einmal am tag aufregen kann um zu gehen und ja deswegen wenn ich so eine kleine diskussionsrunde starten darüber können dann über video antworten oder vielleicht über die kommentarbox oder so kann man darüber diskutieren und würde mich freuen wenn ihr da mitmacht was ich jetzt noch vorhabe ist dass auf dem channel hier noch gezockt wird es werden so sachen sein wie happy wheels league of legends dawn of war 2 space marine hunter the demons forge und wann weiß ich alles also es wird ein haufen zeug kommen damit der channel hier auch mal ein bisschen beliebter geht weil einmal so alle paar monate mit den tanzvideos ist mir das echt zu wenig und ja da hört ihr öfters mal wieder was von mir wie gesagt tanzvideos mit mir und mit freunden nicht mit der gruppe die gruppe hat den eigenen channel da werden die videos nur direkt aufgeladen diskussionsrunden über irgendwelche themen themen vorschläge sind auch immer gerne gesehen und zockerei gar nicht also das sind so die drei spalten in denen ich mich auch mal vorbewegen werde und je nachdem wie das läuft kommt vielleicht noch weiter hinzu wird eine weggenommen wie auch immer weiß ich noch nicht also wie gesagt das ist jetzt erstmal so eine art testlauf damit das habe ich für und ja wie das weitergeht entscheidet letztendlich ihr ansonsten in sachen kritik kommentare und so weiter das was ich bisher gesehen habe damit bin ich sehr zufrieden weil es einfach nicht diese claim kommentare sind wo man einfach hört du bist total scheiße mach mal das mach mal das du kannst überhaupt nichts und nun hier wenn es kommentare und kritik sind kinder bitte in einem anstelligen tonfall bzw schriftfall weil das muss echt nicht sein dass man hier sich gegenseitig bedroht da habe ich kein bock drauf weil auf diese kommentare wird nicht anders reagiert als sie zu löschen weil ich das hier einfach nicht haben will ja ansonsten war es das soweit von mir wie gesagt würde mich freuen wenn ihr das weiterhin verfolgen würdet und sag dann mal tschau ja 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 ja